Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Super Meatball, wir fangen direkt mit Level 17 an, 12 Sekunden müssen wir knacken, das schaffen wir direkt. Oh, Game Over. Äh, okay, da muss ich stehen. Okay. Oh, warte, 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 warte. Wo bin ich da rausgekommen? Okay, ich habe eine Idee. Nein! Ich muss da ein bisschen schneller sein. Hä? Lol. Ich muss da voll irritieren. Hilfe. Aber A+, ich habe die Map irgendwie nicht verstanden. Gut, ne? Egal, 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 egal. Machen wir einfach Level 20. Oh, jetzt bin ich einmal durch. Gleiche ich einmal mit dem Maus draufklicken. Nein. So, 22 Sekunden. Das schaffen wir mal. Okay. Da, warte, 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 warte. Ah, warte, 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 warte. Bitte, geh nicht ganz voll. Okay. Nein! lächerlich kann man nicht wie tricksten nein 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 ich muss warten wie viele sekunden war das alles zurück zur karte ich muss kurz gucken wie viele kunden das war 22 ok ich glaube ich muss wirklich direkt durch springen sonst habe ich das nicht direkt hier ok ich weiß wie war schon zu langsam na weiß ich irgendwie dreck hier so durch genau dann schaffe ich das auch was mache ich komplette geistige verwirrung nein da da muss ich mich erst mal der monster hat mich irritiert was soll das gab das für eine herausforderung warum mache ich nicht einfach hier ich war auch an der kante ich habe was entdeckt schade ich bin auch vorhin so schön rüber gerutscht hätte ich rüber springen können das erste mal dort gestorben habt ihr es gesehen musst du noch rechtzeitig springen drücken oder auch nicht schon wieder schon wieder derselbe back back sage ich fehler back in mein gehirn was soll das was soll das alles durchatmen glauben was soll Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Habt ihr es gesehen? Ich hab nichts gedrückt und plötzlich fängt er an zu rutschen Ich hätte schneller reagieren müssen und zwar so nein 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 warum springe ich da warum springe ich da erst mal gucken okay das ist wirklich die hölle ich bin ich dumm etwas mehrfach geschafft und jetzt brauche ich so eine ewigkeit eigentlich ist die map das hier auch total einfach das ist eigentlich auch nicht schwer nur ich bin einfach eine dunkle welt an am anfang weil ich später da weiter einfach so 1 19 sekunden wo bin ich da ok rief mich direkt um weil ich so lange gebraucht habe ok da ist dieselbe es nur umgekehrt ok ich weiß wie nein da habe ich glaube ich jetzt zu viel zeit verschwendet da kann ich doch das zwischen durch sehe ich doch nein kann ich glaube ich doch nicht dass ich so ein millimeter was kaum möglich ist da muss ich glaube ich warten das aber für mich irgendwie schaffbarer als die map zuvor da ich war doch nicht ich habe mich aber dran das spielt verarscht mich doch so das weiß nicht mehr was bedankt ich maximal brauchen darf Oh, what the fuck. War so schön und dann, äh, ja, jetzt habe ich so ein bisschen gezögert. Das bringt mich um. Hä? Weil ich zu früh da bin, ist die Rampe weg, also muss ich da abwarten. Sonst, äh, ich habe doch springen gedrückt. Ich glaube, ich brauche einen neuen Xbox-Controller. Meiner reagiert manchmal gefühlt nicht. Boah, das war knapp. Hab ich das wirklich berührt? Guck mal später auf, äh, in Zeitlupe an. Was mache ich? Ach, eine Kreissäge. Die kommt ja noch. Stimmt. Oh, was war das? Dann lass mal, bevor, bevor ich hier gucken, hier, da, äh, links gucken. Okay, da sind so zwei Kreissägen. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Gut. Wenn ich jetzt abwarte, schafft das, geht das überhaupt noch mehr Zeit? Ach. Mann. Ist wirklich hier stehen. Und dann direkt. Ich bin noch in den letzten Meter gesprungen. Muss ich wirklich in den letzten Millimeter nehmen? Natürlich muss ich in den letzten Millimeter nehmen. Ich hab doch auf Sprengen gedrückt. Meine Tasten, die reagiert nicht. La la la. Obwohl, ich glaub, man kann das schaffen. Wow. Wow. Ich hab es mal geschafft. Huhuhu. Dat war doch schön. Aber ich würd mal sagen, ich mach erstmal das Spiel aus. Ihr könnt ja gerne, um, links auf Abonnen klicken, wer es nächstes Mal heißt. Und rechts auf die zwei Videos klicken. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.